Ich bin die Energie von Lady Nada. Und du spürst direkt bei dem Klang meiner Worte meine Energie, mein Licht und meine Liebe. Ich, Lady Nada, komme mit der Fürsorge aus der Christusfrequenz mit der erlösenden Energie der Liebe zu dir. Ich weiß, dass es Momente im Leben gibt, wo die Menschen traurig sind. Und ich weiß, dass dies zu der Dualität dazugehört. Aber ich weiß auch, wie du, geliebtes Menschenkind, aus der Depression herauskommen kannst. Und so bin ich heute hierhergekommen, um dir beizustehen. Wenn es dir schlecht geht, wenn du traurig bist oder wenn du Angst hast. Es gibt Momente, wo du vielleicht gar nicht mehr ein- und ausweist. Wo du gar nicht mehr weißt, was du tun kannst. Und diese Momente möchte ich jetzt für dich leichter machen. Denn ich habe ein heilendes Feld der Transformation mitgebracht. Dieses Feld der Energie baut sich vor dir auf. Und du darfst jetzt all das loslassen, was dich so traurig macht. Ich halte dich bei der Hand und ich lege die andere Hand auf deinen Rücken, um dir zu zeigen, dass du nicht allein bist. Und nun lasse, wenn es dir möglich ist, deine Traurigkeit, deine Angst und deine Zweifel in dieses heilende Feld fließen, welches dir zu Füßen liegt. Lasse alles los, was dich schwach macht. Was dir auf dem Herzen liegt. Erlaube dir, all die belastenden Energien in dieses Feld der Heilung fließen zu lassen. Ich bin bei dir. Ich trage und schütze dich. Es ist alles gut. Lady Nada, umhüllt dich mit Liebe. Und ich sage zu dir, du darfst so sein, wie du bist. Denn so wie du bist, bist du richtig und gut. Und alles andere, was dich belastet, lasse los. Lass es einfach los. Erlaube dir, deine eigene Verantwortung für das Leben anzunehmen und all das, was dich belastet, in das heilende Feld fließen zu lassen. Erlaube dir, loszulassen, denn es gibt nichts, was dir schaden kann. Es ist niemand da, der dir wehtun möchte. Du bist so wie du bist richtig und gut. Spüre meine Unterstützung. Spüre meine Liebe und lasse Vertrauen zu. Lasse alles los, was dich schwach macht. Denn jetzt ist der Zeitpunkt der Heilung, der Erleichterung. Nehme dir noch ein wenig Zeit und lasse alles fließen, was dich so schwach macht. Und nun wende den Blick zu mir. Wende den Blick zu mir, denn ich zeige dir ein Bild. Ich zeige dir ein Bild von dir und du siehst einen wunderschönen Menschen. Kräftig, freundlich und stark, sehr weise, voller Lebensfreude und Vertrauen. Dieses Abbild von dir selbst trägt all das, was du im Moment vermisst, was aber in dir liegt. Denn auch du trägst das Recht, glücklich zu sein, gesund zu sein. Und so übergebe ich dir jetzt diesen Abdruck von dir. Und wenn du magst, darfst du mit diesem Abdruck verschmelzen. Wenn du es zulässt und dir erlaubst, dich jetzt fallen zu lassen, wie neue Hoffnung entsteht. Wie dich Freude, Liebe und Vertrauen einhüllen. Und wie es dir besser geht, denn jetzt in diesem Moment strömen all die schönen Dinge zu dir, die du dir so sehr wünschst. Erlaube dir diese Energien anzunehmen, denn auch du hast das Recht, glücklich zu sein und geliebt zu werden. Und ich sage dir, Lady Nada liebt dich. Lasse dies zu und du wirst wissen und spüren, dass dies deine Depression viel leichter macht. Und dass dies deine Traurigkeit viel leichter macht. Und dass es so leicht wird, dass es dir immer, immer, immer besser geht. Und so streichle ich dir über deine Haare, über dein Haupt und sage dir, du bist das Beste, was Mutter Erde trägt. Ich bin heute den ganzen Tag bei dir, um dich mit meiner Liebe und Fürsorge zu unterstützen. Und so bringe ich dich nun wieder in dein Zuhause zurück, in deine Energie der Jetztzeit und bleibe noch den ganzen Tag bei dir. Ein Anascha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020